Dieser Mann ist eine tödliche Waffe. Er tötet im Bruchteil einer Sekunde. Er hinterlässt keine Spuren. Er kennt kein Mitleid, nur seinen Auftrag. Tun Sie, was Sie wollen, aber erledigen Sie den Kerl, wenn es sein muss mit einer Bombe. Er ist der gefährlichste Mann der Welt. Seine Gegner versuchen alles, um ihn auszuschalten. Aber eine Maschine kann man nicht erschlagen. Paco, Kampfmaschine des Todes. Ich bin das Ergebnis des Projekts H0237. Zeigen! Verhalten! Durch die Aktion! Paco, Kampfmaschine des Todes. Der Mann, den niemand töten kann. Ich bin nur zu 30% ein Mensch. 70% sind bionisch. Alles Technik. Paco! Fing schon raus mit dir! Fing noch! Was die Hölle gewollt, jetzt kriegst du sie! Ja! Sie werden versuchen, mich mit allen Mitteln zu vernichten. Aber Sie werden es nicht schaffen. Ergeben Sie sich, Paco! Paco! Paco, Kampfmaschine des Todes. Die Zukunft hat einen Namen. Paco.